Hast du da mal Wasser gesoffen? Ja? Müssen wir nachher nochmal angucken. Die ist heiß, ne? Ist der heiß? Ist der heiß? Ist der heiß? Ah, hat auch die Blume gesagt. Sehen? Wollen wir jetzt noch ein bisschen schrubben oder was? Echt? Ich glaube, das ist der Grunde. Ich habe dir ein bisschen gewonnen. Der ist jetzt ein bisschen großartig. Ich kann dir, dass das ist. Das ist der Schwanense. Vielen Dank. So, war fein. Oh, da wirst du ja jetzt ganz kreckig, wenn du dich da wählst. So, Schweinchen, du. Dusche. Dusche ist wahrscheinlich obercool, gell? So, brauchen wir dann nur noch den richtigen Auslöser. So, brauchen wir dann nur den richtigen Auslöser. So, den Schweine schnauzt die Duschenschalter. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Okay. So, das ist natürlich nicht! So, das ist wie, welchen? So, das ist passiert.